Das Bauchgefühl weist einen eigentlich darauf hin, auf den Missstand, aber der Kopf oder vielleicht auch das Herz, wenn du so möchtest, ist vernebelt. Der Narzisst macht dir ja deine Intuition strittig, er legt so einen Schleier darüber und sagt dir, ohne es auszusprechen, aber mit all seinem Verhalten, vertraue nicht dir und deinem Gefühl, sondern vertraue dem, was ich dir hier präsentiere. Das ist die Wirklichkeit. Ja, absolut. Man weiß dann wirklich nicht mehr, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Also das geht wirklich so weit, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich wusste nicht mehr, wer ist mein Freund und wer ist mein Feind. Also ich wusste es wirklich eine Zeit lang nicht mehr und ich habe da auch selber gespürt, ich bin wirklich richtig vergiftet. Also bei mir persönlich war es zum Beispiel auch so, das haben Freunde mir dann gesagt, dass auch meine Augen richtig gelb waren. Also wirklich wie bei einem Alkoholiker oder jemand, der leberkrank ist, also mit der Leber Probleme hat. Und mein Weiß in den Augen war gelb, also ich war wirklich vergiftet, also da reagiert der Körper auch. Und das ist ja auch der Effekt davon, dass man so manipuliert wird und auch isoliert wird in diesen Beziehungen. Ja, dass eben Freunde schlecht gemacht werden oder ja, dass der Narzisst zum Beispiel sagt, ja, also deine Freundin hat das und das über dich gesagt. Also ich weiß ja nicht, ob du mit so einer Person noch befreundet sein möchtest, wo sie ja auch Misstrauen schüren. Eben damit man isoliert wird und damit man eben nur für den Narzissen oder die Narzisstin zur Verfügung steht und unter Kontrolle ist. Und das ist ja auch diese ständige Kontrolle, diese Überwachung. Das ist ja das, was Narzissen brauchen. Ja, deswegen wird es ja dann so schwierig, wenn man da aus so einer Beziehung wieder raus möchte, wenn man es dann erkannt hat. All diese Mechanismen und Symptome, die du gerade aufgezählt hast, sind bekannt. Ich glaube, kennt jeder, der gerade zuschaut, mehr oder weniger. Du siehst die Narzissen schon am Horizont kommen. Du erkennst es, du fühlst es. Also ich kann es gar nicht sagen, manchmal fühle ich es schon, bevor jemand einen Satz gesprochen hat. Und das stößt sich richtig ab, weil das, was dich vorher so angetriggert hat, zum Beispiel in Beziehungen, dieses Love-Bombing. Oh, du bist die Tollste und die Schönste und wir sind seelenverwandt. Und wo warst du so lange? Du wirst dann fühlen, so wie das Bauchgefühl einen auch warnt. Das ist viel zu übertrieben. Das ist ja alles. Du spürst, du fühlst dann die Lüge. Und dadurch ist es einfach nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich, in so eine Abhängigkeit zu kommen. Und es ist dann auch nicht mehr möglich, Opfer zu werden. Es ist einfach nicht mehr möglich. Ich sage immer, hör auf, dich zu verbiegen, es sei denn, du machst Yoga. Jetzt habe ich es verstanden. Und ich mache auch Yoga, jeden Morgen, 20 Minuten. Da verbiege ich mich. Ja, man könnte auch sagen, du bist eigentlich wieder nur du selbst geworden. Du hast dich verändert im Zuge deiner Selbstwerdung. Würdest du sagen, dass Narzissten sich ins Positive verändern können, zumindest wirklich insoweit, dass sie nicht mehr narzisstisch handeln? Kann es sein, dass du anfangs ein bisschen Probleme damit hattest, Narzissten auch als solche zu benennen? War dir das unangenehm? Hast du den Fehler gleich bei dir gesucht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also bevor ich da drauf gekommen bin, dass es sich um narzisstische Personen handelt, habe ich natürlich den Fehler bei mir gesucht. Das ist ja eben auch dieses Phänomen, ob nun toxische, narzisstische Liebesbeziehung oder Freundschaften, die toxisch sind, wo eben diese Menschen narzisstisch sind, dass ja einem sowieso immer die Schuld gegeben wird. Ja, du bist schuld, du bist zu empfindlich, das hast du falsch verstanden. Na klar, da habe ich am Anfang im Prinzip nur die Schuld bei mir gesucht. Wichtig ist es, da nicht in Resonanz zu gehen, wie du auch gesagt hast. Hab lieber eine höhere oder eine feinere Schwingung als Ziel, als dass du Rache-Gedanken hegst und den Narzisst in irgendeiner Form besiegen oder bestrafen möchtest. Solche Vergeltungsgedanken sind anfangs zwar auch normal, würde ich sagen, weil sich darin deine Verletztheit ausdrückt, aber sie zeigen auch, dass du dein Trauma noch nicht wirklich geheilt hast, würde ich sagen. Ja, also Rache-Gedanken sind weniger ein Anzeichen für Selbstheilung und ein glückliches Vorankommen, sondern eher ein Zeichen für tiefen Schmerz. Auch wenn du oberflächlich betrachtet vielleicht ein glückliches Leben lebst, das dich von diesem Schmerz bloß ablenkt, könnte es sein, dass du tief in deinem Inneren immer noch sehr verletzt bist. Wenn du diese Rache-Gedanken hast oder sagst, ich möchte den Narzissten jetzt bestrafen oder ich nehme diesen Kampf an, diese Herausforderung, also dieser Kampf an sich ist schon mal ein Verlust, würde ich sagen. Ob positive oder negative Energie, man sollte nicht mehr als Energietankstelle verfügbar sein und sich lieber auf seine wahre innere Heilung beziehen. Definitiv. Und es ist ja einfach so, dieses Hassen und nicht vergeben können und so weiter, davon hat der Narzisst nichts. Ja, weil man vergiftet man nur sich selbst. Also jemanden hassen oder Vergeltung wollen ist ja wie selbst Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ja, also man vergiftet sich selbst und die Königsklasse ganz am Ende, wenn man eben diese Muster geheilt hat, wenn man sein Trauma aus der Vergangenheit geheilt hat, wenn man wirklich die Selbstliebe in sich aktiviert hat. Ja, dann ist es einfach so, ich habe ja so sehr an meinem Selbstwert gearbeitet. Also ich habe dann schon wahrscheinlich dann erst gemerkt, dass mit meinem Selbstwert was nicht stimmt, dass ich mich nicht traue, irgendwas zu sagen, dass ich mich immer zurücknehme, dass ich denke, immer gedacht habe, die anderen sind besser. Das fiel mir dann immer mehr und mehr auf. Ja, absolut. Die Panikattacken haben mich gerettet. Ja, ich finde das schön, dass du nicht versucht hast, den Narzissten an sich zu ändern, sondern relativ schnell gemerkt hast, dass du an dir scheinbar irgendetwas noch nicht ganz erkennst und da auf die Suche gegangen bist und auch fündig geworden bist. Ja, super. Ja, 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 ja. Obwohl ich bestimmt hier und da versucht habe, die anderen zu ändern. Das definitiv, natürlich, klar. Das ist ja eben auch ein Prozess, das man lernt. Und das ist ja dieser Riesenschlüssel jetzt für meine Klienten, dass alles, was du im Außen siehst, hat immer was mit einem selbst zu tun. Da gibt es ja nie einen Irrtum. Da gibt es ja, also, und da muss ich auch gleich sagen, weil in meinem Kopf dröhnt es schon wieder, oh, soll ich jetzt schuld sein? Nein, es geht ja überhaupt nicht um Schuld. Das ist immer das Erste. Was hat was mit mir zu tun? Soll ich jetzt hier schuld haben, um Gottes Willen? Nein, man ist am Anfang natürlich Opfer, weil man es nicht weiß. Aber das ist ja das, was ich in meiner Arbeit mache. Ich begleite ja meine Klienten vom Opfer zum Schöpferbewusstsein, also dass man die Verantwortung wieder übernimmt. Das ist ja ein Weg und das darf auch sein. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich das zuerst mal so sagen kann, dass man tatsächlich Opfer ist oder eben war. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer Flucht in die Opferrolle. Also nicht verdrängen, sondern das erst mal schon so benennen, damit man sich über die tatsächliche Ursache für seinen Ist-Zustand auch gewahr wird und danach handelt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist wirklich wichtig, dass man sagt, okay, ich bin Opfer. Und in dem Moment, wo man sich aber bewusst wird, okay, da gibt es also einen Weg raus und das hat irgendwas mit mir zu tun. Ich habe zwar keine Ahnung was, aber ich merke ja alle anderen Wege, die ich gegangen bin, funktioniert nicht. Im Gegenteil, ich kriege es nochmal um die Ohren, nochmal, nochmal der nächste Narzisst, noch eine toxische Beziehung. Okay, dann bin ich Betroffene und von der Betroffenen oder dem Betroffenen, das betrifft natürlich genauso auch Männer, werde ich dann zum Schöpfer, gehe ich in die Schöpferverantwortung. Und das sind große Worte, wenn man noch am Anfang steht. Das klingt so unrealistisch und so, ja, einfach, dass es nicht wahr sein kann. Und da lade ich ja jeden ein, einfach diesen Weg zu gehen. Und es geht schneller, als man denkt. Aber man muss dafür bereit sein. Schöpferverantwortung. Untertitelung des ZDF, 2020